Okay, wirken vorne. Diesmal Prinzip halten wir mal einfach ein wenig zum. Bevor er richtig greift, reagiere ich schon drauf, okay? Ich zeige es noch mal langsam. Geht auf die andere Seite, kann nicht leben. Aber ihr seht, bevor er mich hier greift, bevor er dran, mache ich das. Er will ja eh zu mir kommen. Vielleicht im Detail, das würde ich ganz langsam machen. Okay, ich gehe hier ran, hier ziehe ich ihn runter auf die Höhe, okay? Und der geht vor. Immer noch mal kurz zurück, machen wir es noch ein bisschen gleichzeitig. Ihr seht, es ist gleichzeitig, okay? Und dann Kettenvorstöße rein gehen, schlagen. Das ist egal, das überlasse ich euch. Aber wichtig, bevor er greift, das hier. Ihr seht schon, die kommen von unten hoch und dann geht er der Rest. Bevor er gegriffen wird, das ist wichtig. Ja, das ist echt eine coole Übung. Okay. Machen wir ihr Montereich, wenn ihr wieder da seid. Okay. Vielen Dank.